Herzlich willkommen bei einem neuen Video, also bevor das Video beginnt, muss ich noch etwas sagen, ich habe, also die wenigsten, für die anderen, aber 90% von euch, habe nicht die Glocke gemacht, also ich möchte die Glocke beim Abonnieren starten, wenn wir da Glocke gehen, und das müsst ihr drücken, sonst würde ich ja überstehen, also wenn euch das Video kommt, dass ihr weiss, kommt mein Video, und nach 10 Minuten, 10 Minuten, also selbstverständlich für 10 Minuten, hat ihr schon die erste Glocke, also wirklich, die Glocke, und, ja, viel Spass mit dem Video. So, hintergekommen, beim neuen Video, ähm, ich mache jetzt die Losers Teil 3, glaube ich, ich reagiere auf Losers Teil 3. Glocke, man hat sich mal etwas herausgeflogen, äh, Deka rausgeflogen. Jetzt sind wir da gesprungen. Da. Wenn ihr das gefällt, dann stellt ihr die Daumen nach oben, wenn euch das gefällt, mit dem Deka rausgeflogen. Ich dachte, ich bin vorbeigesprungen, wollte respawnen, bin aber durchgekommen, und bin genau vorm Punkt aus dem Auto ausgestiegen, und dann Punkt zog sie vorbeigeflogen. Oh, es ist eine Web-Aus-Nach-Community orientiert sich an den Diathlon-Maps, aber... Das macht die Deka an. Jetzt ist gerade eine Spille runtergesäupt, fick mich! Also ich habe auch Angst zu spielen, also wirklich. Ich habe auch Angst zu spielen, also wirklich. Oh, das ist gerade stark aus. Ah, okay, ah, okay, ein Bastard. Ich habe dich aber nur richtig gefickt, Mann. Halt sicher Waffen aus und scheisse die Wappen. Oder Haftbomben, oder weiss ich nicht. Und durch das Wasser. Okay. Er hat nie getan, Aua. Aber dass ich da jetzt gerade keinen Sinn genommen habe, war der Plan. Oh fuck. 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 Was passiert? Was war das denn? Das ist knapp gewesen für den Deka. Oh fuck. Oh fuck. Nein. Oh. Oh. Was zwar? Als wir dumm. Was ist das denn? Schreibt einfach aus dem Tiefen Waldschirm. Ich habe so rumgespackt, ey. Das ist doch jetzt das Karma. Das ist eben was anderes. Das ist eben was anderes. 794. Alter, Deko, wie schmuck, bist du nie aufgelandet? Ey, du bist so ein Bastard. Deko, wer bin ich überrundet? Niemals! Niemals! LOL! Ha, vah rein! Er muss erstmal einen Punkt da kriegen! Äh, ne, wer habe ich jetzt gerade? Aha, komm, komm, komm! Du musst direkt eine Runde machen! Ah! 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 Alter! Also wenn ihr eine ganze Folge von dieser, das wir jetzt anschauen, dann ganz voll, dann das ich im Video beschreiben. Easy! Easy! Doch! Immer geschafft! LOLL! LOLL! Ich habe gesehen, wie du entgegengeballert bist! Ich dachte, boah, geil, Alter! Ich komme mir sogar durch, das Spiel ist unten! Und fahre trotzdem gegen! Na, unten! Ah! LOLL! Jetzt weiss du! Weiss du! Weiss du! Jetzt wird es gerade egal, Haken! Was schiesst du? Sie machen es immer! Aber zweimal wirst du einen kleinen Warrant bekommen! LOL! Deko! Hau! 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 Alter! Hau! 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 Noch weiter hoch, noch weiter hoch, noch weiter hoch, übertrieb fast, jetzt gibt's noch weiter hoch. Jetzt gibt's Grabs, Tür... Was wird das hier? Was wird das hier? Ah! Nein! Stopp! 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 Und schreit runter. Oh! Bitte! Digga, das war so perfekte Schwanze, Mann! Was wird das hier? Oh! Nein! Stopp! Bitte! Stopp! Ich war so fein! Und der Mann fand ich bei einer Stelle, wo nicht mal ein War Rital ist, ey! Ey, was wird das hier? Ah! Nein! Stopp! Stopp! Das ist so lustig, Schwer! Der Herr Wölfmann und was? Ein Vampire? Das ist ein Sprint von Anderfolt, oder was? Ja, oder von überall, von Twilight, von Jillas. Aber als ich getroffen habe in Wien, war sie schön entspannt, also schön ruhig, so. Sie sind wirklich ganz korrekt, der Mensch. Mann, ich bin so dämlich! Was für eine Scheisse, Mann! Und ihr labert einfach irgendwie Twilight-Zert sofort, mein Gedächtnis vergiftet, Mann! Marvin ist einfach nur dämlich! Wir haben es gerade alle gehört! Verstelle kein Mich! Oh, das war richtig kacken Scheisse, ey! Das ist Marvin! Nur wegen Twilight, Mann! Yes, that's... Ey, please! Kommt der hier mit Twilight, ey! Hast du schlecht geschlafen, oder was? Ey, so ein Lappen! Ich nenne sie die Pro-Wand! Die zeigt sich nur bei Pros! Deswegen war sie bei dir auch nicht da! Ich habe einfach hier dumm gelabert, aber ich liebe das! Hä?! Was war?! Also, der hat früher auch mit dem Dinner zusammen... Gibt's ja auch, aber jetzt ist ja viel unterwegs. Das macht ja nicht mehr so Gaming. Bei Deko war wirklich eine Wand! Und der Becker! Bei Deko war kurz vorm Ende eine Wand! Ja! Ja! Bei mir ist auch hier eine Wand! Ich kann auch nichts mehr machen! Lol! Hab ich's vielleicht falsch gesehen? Oder bist du da irgendwie dem Flip rum mit Regen geknallt? Lol, da! Lol, da ist eine Wand! Bei Mario war gar keine Wand! Das ist echt wirklich ärgerlich! Ja, bei mir war auch gerade die Wand da! Und dann wollte ich wieder rauf fahren! Hä?! Lol, kann man gar nicht richtig! Ich hab das Gefühl, ich bin zu langsam! Nein, easy! Ich hatte auch nur den Anfangsspeed und hab es! Hallo! Nein! 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 Aaaah! Das ist noch schon mal Logen fertig! Wow! 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 Ich bin an das Wal-Ride gefunden! Nein! Schon wieder abgeprallt! Ich bin doch zu schnell! Oh! 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 Ich bin doch auf estable! Oh, oh!